. . . . . . Heute soll das große Spiel sein. Alle sind gespannt. Die Fans auf den Tribünen sind außer Rand und Band. Doch 12 erwachsene Männer stehen ratlos auf dem Eis. Der Puck ist weg und jeder schwert, dass er bestimmt nichts weiß. Ja, na klar, Herr Kommissar. Eben war der Puck noch da. Was ist los, Herr Kommissar? Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Der Puck ist weg. Der Puck ist weg. 12 erwachsene Männer fangen zu heulen an. Niemals hat man ihnen Schlimmes angetan. Mittelpunkt des Lebens, um den sich alles dreht. Der ist verschwunden, denn der Puck ist weg. Klar, Herr Kommissar, eben war der Puck noch da. Was ist los, Herr Kommissar? Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. In einem Stiefel oder hinter einem Visier. Vielleicht in einem Hatschuh oder einem Becher Bier. Ist nur aus Gummi und kostet fast kein Geld. Doch der Eishockey-Spieler ist eher die ganze Welt. Und dann kommt der Puck. Ja, klar, Herr Kommissar, eben war der Puck noch da. Was ist los, Herr Kommissar? Was ist los, Herr Kommissar? Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wo ist der Puck? Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg. Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg! Der Puck ist weg! Wer hat den Puck versteckt? Der Puck ist weg! Er ist einfach weg! Ups, da...